Ja, auch diese Woche haben wir einige interessante Werte wieder für sich vorbereitet oder auch teilweise gehandelt. Den größten Anstieg der letzten zwei Tage gab es hier bei Microvision Incorporation. Wir sehen, die Aktie ist von 14 jetzt mittlerweile bis auf 28, also hat sich quasi verdoppelt in zwei Tagen. Und was natürlich hier auch wieder zu sehen ist, wie bei vielen Werten, Sie werden sich zurückerinnern, Ende Januar wurde das Ganze begonnen. Ich glaube, der bekannteste Titel immer nach wie vor noch GameStop. Diese Geschichte ist das Volumen auf der Call- und Putz-Seite. Allein auf der Call-Seite gab es natürlich auch schon den ein oder anderen Anstieg jetzt vor diesem Tag. Prinzipiell ist es ja am 20. April schon über dem Durchschnitt gewesen, deutlich über dem Durchschnitt knapp das Doppelte. Dann hat sich das am 21. und 22. noch fortgesetzt, am 22. auch mehr als das Doppelte vom Call-Volumen. Und wir sehen natürlich jetzt diesen massiven Anstieg vom Freitag und von heute. Ähnliches Szenario gab es hier auch schon mal, zumindest an einem Tag, am letzten März Handelstag, aber heute dann auch wirklich der Durchbruch über dieses Niveau von 20, was hier, glaube ich, eine ganz wichtige Unterstützung ist. Auch über den letzten Hochkurs bei 24. Also im Prinzip sieht man es hier auch noch mal recht schön, dass wir auf einem neuen Allzeithoch sind. Interessant zu wissen, News-technisch ist da jetzt gar nicht so viel passiert und vielleicht für alle, die es jetzt länger halten wollen, da ganz wichtig zu wissen, erst mal nach solchen Bewegungen natürlich immer wichtig, vielleicht auch die anderen Beispiele aus diesem Bereich noch mal mit zu erwähnen. Ob das jetzt EMC war oder ob das GameStop war, die sind alle auch wieder relativ schnell nach unten gekommen. Also was schnell nach oben geht, fällt in der Regel auch relativ schnell wieder auf ein altes Niveau zurück. So zumindest mit sehr vielen Beispielen aus der Vergangenheit. Aber ganz wichtig, die Quartalszahlen stehen hier an und zwar diese Woche noch am 29. April. Ich glaube sogar, dass es nach Börsenende der Fall sein sollte. So ist es genau am 29. April nach Börsenschluss. Da kann natürlich dann noch mal einiges passieren. Da erwarte ich vielleicht sogar noch mal ein großes Gap. Also da könnte man natürlich diesen Wert insbesondere auch die ganze Woche noch mal im Auge behalten. Was dann auch nach den Quartalszahlen hier vielleicht noch passiert. Ja, das ist der erste Wert und vielleicht auch der mit der größten Bewegung. Ansonsten gab es natürlich auch in der letzten Woche noch einige interessante Titel, wie zum Beispiel kleinerer Wert CIG, wo es ja auch einen kleinen Anstieg im Volumen gab, speziell jetzt auf September-Call-Optionen. Ist natürlich ein interessanter Titel, vielleicht auch für eine mittel- bis langfristige Strategie. Zielpreis waren ja so die 2,50 Dollar. Bewegt sich natürlich jetzt nicht so extrem wie der Wert, wo wir es gerade gesehen haben. Aber um Ihnen vielleicht auch noch einen kleinen Hintergrund zu diesem Wert zu geben, schauen wir natürlich auch noch mal ganz kurz, was hier noch an wichtigen Informationen zu nennen ist. Also prinzipiell ein Wert aus Brasilien. Quartalszahlen haben wir jetzt keine Informationen, kommt aus dem Bereich Utilities und ansonsten finden Sie ja eigentlich alle wichtigen Informationen und auch Analystenmeinungen hier direkt gesammelt über FinBiz, wo Sie sich das Ganze dann auch dementsprechend von der Newsseite nochmal anschauen können. Wobei natürlich bei diesen Werten eher ein kleinerer Wert, nicht ganz so viel an Informationen vorhanden ist. Aber man sieht auch hier in der Aktie schönen Anstieg im Volumen, schon etwas vor dem, was wir im Optionsvolumen gesehen haben. Also eher ein mittel- oder langfristiger Titel, der hier sinnlich auch recht interessant werden kann. Ja, wo gab es sonst noch interessante Bewegungen bereits in der letzten Woche? Das war bei DISH Network Corporation der Fall. Wir hatten hier schöne Bewegungen über den letzten Hochkurs bei 39 Dollar. Wir sehen jetzt wirklich diesen Ausbruch. Die Dynamik hat etwas nachgelassen. Wir sehen auch starken Rückgang im Optionsvolumen. Das bedeutet natürlich hier, wie auch bei vielen anderen Bewegungen, erstmal eine Pausierung oder vielleicht etwas, eine Beruhigung dieses starken Aufwärtstrends, respektive auch Gewinnbitnahmen, durchaus möglich. Aber hier gab es auch Wetten, dass der Kurs dann im Juni noch über die 45 Dollar mal gesteigt. Das war mit Sicherheit noch einer der interessanten Titel der letzten Woche. Ja, ansonsten, was auch ein ganz interessanter Wert aus der vergangenen Woche war, ist der Wert AT&T. Da wollen wir natürlich auch mal ganz kurz drauf schauen. AT&T, wo wir ja hier in der Form Quartalszahlen hatten, einen Riesensprung und das müssen wir bei AT&T sehr häufig feststellen. Hier ist es eigentlich vom Chart noch etwas besser zu sehen. Das ist genau wieder beim letzten Hochkurs abgeprallt. Das heißt, er wird wahrscheinlich sogar in Richtung Gap-Schließung gehen, weil AT&T ist, ich will nicht sagen, der prädestinierte Wert für Seitwärtsbewegungen, aber nach großen Ausbrüchen kommt der Wert immer wieder recht stark in die Richtung des Moving Average der Durchschnittskurse zurück, wo er zuletzt sich bewegt hat. Also da sind selten nach Ausbrüchen weitere Bewegungen in die jeweilige Richtung zu sehen. Deswegen auch für uns hier eher ein Wert, wo wir auf eine Korrektur, auf eine Gap-Schließung gesetzt haben und neben diesen Werten gab es natürlich letzte Woche auch viele Titel, die Quartalszahlen gebracht haben. Ob das jetzt ein Wert wie American Airline hier ist, der Zahlen gebracht hat und der hier die 20-Dollar-Marke zumindest jetzt erstmal gut behaupten konnte und heute natürlich auch hier mit einem recht großen Call-Volumen auffällig ist, kann das auch durchaus ganz interessanter Wert für eine Trendwende in den nächsten Tagen sein. Ja, dazu würde ich Ihnen empfehlen, subscribe Sie unseren Kanal, so dass Sie auch keines der folgenden Videos verpassen. Wir sind jetzt direkt in der Quartalsperiode und da wird einiges noch nachkommen und gerade jetzt Ende April, Anfang Mai bringen fast alle großen Firmen ihre Zahlen und wir sind gespannt, was wir Ihnen noch für weitere interessante Titel hier präsentieren können. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.